Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Metro Exodus, richtig geiles Teil. Untertitelung des ZDF, 2020 Und ich habe mir das Scarlet Focusrite gekauft. So, jetzt ist es natürlich so, ich benutze immer noch mein USB-Mikrofon, weil ich mir noch kein neues gekauft habe. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, ihr ertragt das noch ein bisschen. Ich glaube auch, dass meine... Ola, stimmt, ich bin kein Futter. Okay, dann sind wir wieder hier. Ja, alles klar. So, jetzt noch schnell hier oben einmal was gucken. Genau, ich glaube auch, dass meine Audioqualität sich im Gegensatz zu meinem allerersten Let's Play deutlich verbessert hat. Nicht in dem Rahmen, wie ich es gerne hätte, aber doch schon ordentlich. Der Rest kommt jetzt nach und nach. Ich würde euch also bitten, nehmt das noch so ein bisschen so hin. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr und klingt doch schon ganz gut. Also, für mich klingt es mit den Sachen, die ich da habe, vernünftig. Sag ich mal so. Klar, es geht besser. Ähm. Hat er nicht gerade gesagt, er zählt bis 5? Ähm. Ich habe vergessen, wo ich gerade war. Huch. Jetzt zähl doch. Was soll das denn? Ich bin doch weggegangen. Na gut. Nein, wisst ihr was? Das machen wir nochmal anders. Ich, ich möchte möglichst ungesehen dadurch und das heißt, ich gehe jetzt außen rum. Ich habe den Timer schon wieder nicht angemacht. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich... Äh, das könnte... Das könnte schwierig werden. Könnte das schwierig werden. Gucken wir mal. Oh. Fragt nicht, was passiert ist. Fragt einfach nicht, was passiert ist. Das kommt auf einmal, wenn man sich dankt. Jo. Hier muss ich anhalten. Und nur einen Finger von der Tastatur nimmt. Dann lasst uns doch mal gucken, ob wir die von hinten kriegen. Von hinten macht das auch Spaß. Da stehen die Beine. Genau. So. Ich habe gerade mal für mich den Sound. See es nicht crouchen. See es nicht crouchen. Überlegens kriege ich das Messer wieder. Ach du Scheiße. Da oben ist einer. Der darf mich nicht sehen. Verdammt. Wir haben von Tag zu Tag mehr Pech. Was meinst du damit? Nicht was, sondern wem. Kennst du diesen Sträumer, den die Pioniere aufgegriffen haben? Klar. Was ist mit dem? Der Typ ist dann komm. Das Problem ist jetzt, dass er nicht alleine war. Na und? Wir erwischen doch immer alle. Den ersten Karl vielleicht. Der zweite ist allerdings etwas schwierig zu fangen. Viele haben es versucht, aber... Keine Chance. Wäre es wirklich gut. Was bedeutet es, wenn wir ihn fangen? Ja. Dann schwören wir morgen im Haus des Lehrmeisters unseren Eid. Das ist unsere Chance, Ausbilder zu werden. Ihr kriegt mich nicht. Wieso? Ja, lass mich raten. Ich muss mich einmal durch das Lager kämpfen. Wahrscheinlich, um das Tor da hinten aufzumachen. Ich möchte aber gar nicht kämpfen. Ich möchte hier ganz gern friedlich durch. Was? Nicht irgendwie außen rum. wieder. So, wie ich es geahnt hätte. Warum bin ich überhaupt hier? Als ob ich hier irgendwem helfen könnte. Ja, okay. Also einmal durchs Lager durch. Auch wenn wir das eigentlich vermeiden wollen. Was ist da? Nee, ich brauche das Boot. Ja, ohne das Boot kommen war ich hier nicht weit. Mist. Mist, Mist, Mist. Ach so, genau. Bezüglich des, ähm, Audio-Setups. Womit ich ja eben schon angefangen habe, drüber zu reden. Ähm, ja. Ja, ich habe jetzt das Focusrite 2E2 hier, also das 2E3. Ähm, ist schon sehr nice, das Ding. Ich habe Schüsse gehört, als ob es keinen Morden gäbe. Ich dachte, das wären wieder die Banditen. Ich weiche mal weiter zurück. Ja, da unten, was ist das? Was? Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Wir kommen ohne das Boot hier nicht durch. Ich möchte hier aber durch, ohne irgendwen zu töten. Aber das sieht... schwierig aus. Oder geht das vielleicht... ... ... Warum bin ich überhaupt hier? Vielleicht klappt das, aber auch nur vielleicht. Geh doch mal gucken. Shit. Ja, nein, so wird das nichts. Ja, das Problem ist, dieses Boot ist so lahmarschig. Mit Drillen und alles. Das ist, äh, ich bin gleich tot. Der Eindringling versucht nur wegzukommen. Da ist noch einer. Ja. Ja, ich glaube, ich habe mich gerade selbst in eine Falle manövriert. Ich habe euch überhaupt nichts getan. Lass mich doch in Ruhe. Ich möchte hier nur vorbei. Ja, wo siehst du? Ich weiß nicht, wie ich an die vorbeikommen soll, ohne entdeckt zu werden. Was ist das in dem Durchgeister? Ja. 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 Das habe ich von vornherein versaut, also von daher macht das jetzt nichts. Ne, warte mal. Und da sind wir gekommen. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Wir können also nur da lang. Also los. Du kannst hierhin so einfachen. Ante. Da geht's nicht weiter. Ja, ich bin ganz, du kannst. Du kannstst. Du kannst die Schritte wegschauen. Du kannst du kannst. Du kannst dich nicht gut. Du kannst nicht mehr. V kannst dir. Du kannst. Gehst du da jetzt hin? Geh doch mal gucken. Ich will, ich will das nicht, aber da habe ich eine andere Wahl. Was könnte das sein? Da unten. Seht ihr? Es hier, Leute, dieser Scheuner! Da unten ist er, was? Der Wehrmeister hat gesagt, er hat den Kopf. Der Eindringling ist hier, Leute. Schnell, fangt ihn! Ich, ich verstehe es gerade nicht. Die haben mich jetzt schon wieder entdeckt. Ich, ich raffe es gerade nicht. Hier, da unten. Was ist das? Ich bin überhaupt nicht hier. Gibt es denn wirklich keinen Weg, hier durch, ohne durch das Lager zu müssen? Die haben das alles voll verbarrikadiert. Es gibt also Karte tatsächlich keinen anderen Weg. Aber jetzt mal im Ernst, wie kriege ich den Typen denn da einfach weg, ohne ihn zu töten? Ja, hier falle ich nur ins Wasser und lande wieder auf meinem Boot. So, ich kann bis hier hinlaufen. Und ob hier, hört der Spaß für mich dann auf. Das ist doch... Das ist scheiße. Ach man. Gut. Laden wir nochmal schnell. Hä? Achso. Die haben mich noch auf dem Kiker. Äh... 43 ist das glaube ich. Und wenn nicht ist das auch egal. Dann machen wir das nochmal. Ich glaube, da unten ist etwas. Warum haben die nicht hier passiert? Sie werden sich nur die Meldung... Ich glaube, da unten ist etwas. Warum haben die nicht hier passiert? Und was ist da unten? Verdammte Eichhörnchen. Wer hätte das gedacht? So. Wisst ihr was? Ich fahre jetzt einfach durch. Was? Hey, ist das ein... Was zum Teufel? Da ist der! Da unten! Das ist der Eindringling! Ja, und der Eindringling! Versuch gerade zu entkommen. Hallo? Ey! Wie kacke ist das denn? Was? 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 Es ist der falsche Speicherstand. Ah, den da! Ehe muss ich halten. Fuck it. Ich möchte auch einfach nur da durchkommen, ohne gesehen zu werden. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Entschuldigung, ich war gerade am überlegen, was ich jetzt machen kann, machen sollte. Dann geh doch mal gucken. Los, beweg dich. Gehst du da jetzt bitte hin? Was könnte das sein? Da unten, seht ihr? Irgendwas, wo du jetzt mal gucken solltest, du blöd Birne. Was das da gerade wohl gewesen ist? Jetzt werde ich alles sorgfältig überprüfen. Was ist das? Bist du da eingeschlafen? Hey! Hey, muss ich dich jetzt auch noch suchen? Wer ist da? Da, in dem Durchgang. Da war jemand. Und schon wieder haben sie uns gesehen. Gibt es keine Möglichkeit, hier durchzukommen ohne gesehen zu werden? Die gibt es da irgendwo bestimmt, oder? Ich bin nur wieder zu beruf dazu. Ich bin nur wieder zu beruf dazu. Göttin! Göttin! hey da oben leute wie gesagt ich möchte den nicht töten also nach möglichkeit möchte ich hier wirklich niemanden töten ja ich weiß gerade nicht mal genau wo ich eigentlich hin muss das ist das viel größere problem was ich habe du kannst dich nicht ewig verstecken leute wie du verlassen den wald nicht lebendig und das weißt du auch das ist der eindringling das ist der eindringling kommt wir laden das noch mal hier da unten was ist das ich hoffe ich muss nicht lange hierbleiben das ist echt beschissen hier ich bin sicher da war eine bewegung so wie mache ich das jetzt am schlauesten ich muss irgendwie einen weg finden da durchzukommen ohne gesehen zu werden oder habe ich vielleicht soll ich vielleicht nicht durch paddeln sondern nur bis hier vorne hin aber muss ich den typen trotzdem irgendwie ablenken niemand nein ich bin sicher da war eine bewegung da war nicht ich wäre besser hier ich werde und ist Ja, such dir mich nur. Ich... Ich weiß wirklich nicht, wie das gehen soll. Kein bisschen. Da, da unten ist irgendwas. Seht ihr? Mann, mach doch. Oh Gott, ey. Der ist nur einer. Keine Gefahr für mich. Der Feind ist tief. Hey, wer ist das? Da in dem Durchgang. Atmen doch. Los, jetzt. Los. Wir müssen dir alles absuchen, Leute. Ah. Mann. Ey, Streiner, lauf, solange du noch kannst. Komm raus, du Versager. Du kannst dich weder verstecken noch abhauen. Ich versuche mich weder zu verstecken. Na, na doch schon. Ich versuche mich zu verstecken, aber ich hau nicht ab. Doch, eigentlich schon. Ich möchte nämlich durch, ohne euch verletzen zu müssen. In unserem Wald kannst du dich nicht vor uns verstecken. Doch, gar nicht. Ist das euer fucking ernst? Ich... Also steige ich jetzt in mein Boot? Nee, tut ihr nicht. Ihr seid zu doof dafür. Wieso, du Tier? Ich meine, schön, dass ihr das auch mitgekriegt habt, dass ich... Dass ich, äh... Ne? Ihr wisst schon. Das hier ist kein gutes Gebiet. Sogar kein gutes Gebiet. So, doch, bevor wir hier weitergehen, beende ich hier die Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Und entschuldigt bitte, wenn ich ein bisschen ausfallender geworden bin. Oder lauter. Aber das hat mich gerade echt genervt. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Ciao.